Und damit willkommen zurück zu einer neuen Episode von Star Wars Outlaws. Ich hatte eine kleine Pause gehabt. Trains in the World, 5, Star Trekker und Co. waren momentan so meine letzten Spiele. Und jetzt geht es erstmal hier wieder weiter. Ich mag mich erinnern, dass ich gesagt habe, ich wollte ja die Mission da jetzt im All machen. Äh, wo ist das Journal? Ja genau, der Verräter. Okay. Ich bin gegangen, um die Ratte in so einer Organisation zu finden. Machen wir das mal. Einmal rein hier. Und starten. Na schön, dann legen wir mal los. Und es ist jetzt ein Patch draußen. Mit besserer Performance und so weiter. Sie wissen halt schon, wie man es episch macht. Gut, dann wären wir wieder hier. V-Scannen. Wir müssen da lagen. Südde. Oh. Ich muss gleich mehr Sachen bekommen. Ah, was haben wir da? Hat das hier besser gesagt? Ah. Okay. Das kommt nicht, dass er so auszieht. Da ist was. Ah. Oh, schicke. Pipsen da, n Jäger. Nicht so gut. Ah, bitte keine Weltraumschlacht. Ich bin da nicht so gut drin. Ah, I guess. Wann endet diese Station da? Okay. Landest du von alleine oder? Wie machen wir das jetzt? Ach, drücke X. Um. Der neue Patch ist super. Er crasht erst mal. Ich probiere es gleich noch mal. So, diesmal ohne Crash. Ich habe jetzt noch mal zu dieser Station hinfliegen müssen. Und... Oh, sieht das geil aus. Und ich hatte die zwei Jäger da leider abschießen müssen. Ja, moin, ne? Erstmal keiner, der mich hier abschießen will. Das ist schon mal ein Vorteil. Bist du ein Händler? Oh, du bist ein Händler. Ach so, das sind... Schiffsverbesserungen. Aussehen. Uh. Ja, bitte. Ja. Was, echt jetzt? Okay. Passt. Einfach mal so kurz lackiert. Nice. Moin. Datenstift. Das ist gut. Oder soll ich da mitten... Ich probiere es einfach mal. Okay, das war ja einfach. Das könnte ein gutes Versteck vor einem Unterboss sein. Meinst du? Äh... Das sieht noch auf... Zug aus. Und ist auch einer. Ja. Nur, äh... Äh... Ne Ventilwartung. Shit. Ich muss aber noch runter, dass er besser aussieht. Äh... Kannst du bitte noch mal runterfahren? Ich hab da so ne Idee. Okay. Ich dachte, die machen jetzt irgendwas. Aber okay. Aufheben. Nice. Irgendwelche Goodies. Sollen wir die nächsten. Yes. Und noch einer. Und auch. Wir haben da mal ein paar Sachen mit, ne? Warte ich mit dir reden? Tislak Shah. Ich hab ein kleines Holo gefunden, wie du mit Torden redest. Du hast vor, Gorak auszuschalten. Was? Wer bist du? Wie hast du mich gefunden? Ich bin ziemlich gut darin, Verräter aufzuspüren. Nein, du verstehst nicht. Er verdient die Macht der Pikes nicht. Er könnte das zwei-, dreifache an Profit einfahren. Aber er hört nicht auf die Stimme der Vernunft. Er hört nicht auf die Stimme der Vernunft? Oder er zahlt einfach nicht für deine Besucher auf dem Casino-Kreuzer? Das waren Geschäftsreisen. Erzähl mir davon auf dem Weg zurück nach Mirogana. Warte! Was auch immer er dir zahlt, ich zahl das Doppelte. Crimson Dawn hat mehr als genug Kredits. Das wäre... Gut, bei ihm sind wir eh schon durch. Nö. Ich ziehe den Auftrag durch, für den ich angeheuert wurde. Also, los geht's. Hilfe! Sie hatten einen Blaster! Ja, toll. Und jo! Zum Glück ist das vorbei. So, kommst du jetzt mit? Hm, okay. Ich geh mal davon aus, der folgt mir jetzt einfach. Ich meine, was ist mit Nummer zwei? Da waren zwei. Okay. Okay. Okay, nochmal mit dem Quatschen. Sehr freundlich. So, ich geh mal davon aus... Ach nee, darf ich jetzt nochmal aufmachen? Geh du mal da lang? Ich will mal kurz schauen, was da ist. Uh! Alles ist direkt. Moin! Ach, Mann! Aber, ja. Macht doch irgendwo Sinn, ne? Weißt du, mein Plan bestand aufs Meer als einem Casino-Besuch. Eine ganze Operation war geplant. Vom Zinken von Sabak-Partien bis hin. Ich hätte ein Vermögen gemacht. Glaubst du, du bist die erste Person, die davon träumt, ein ganzes Casino auszunehmen? Du würdest die Feinheiten meines Plans gar nicht verstehen. Du bist irgendwie frauenfeindlich. Ich habe so das Gefühl, dass wir mir dann gleich abheben, dass ein paar Freunde von ihm mal Hallo sagen werden. Aber damit sollte man schon irgendwie fertig werden. Hier finden Sie alle möglichen Schiffskomponenten. Ja, andermal. Momentan habe ich die Teile nicht dafür. Weißt du, das selbst ein? Warst du es jetzt? Also gut. Mach es dir nicht allzu gemütlich. Werd ich nicht. Ja, okay. Ja, ich guess. Dann war es das. Ja, ja. Alles gut. Wie gesagt, bei Crimson Dawn sind wir schon unten durch. Also das wird dem Licht, haben wir es nach wie vor nicht gefixt. Fischer steht unter unserem Schutz. Nicht mehr. Fuck. 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 Komm, 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 komm. Lass dich wieder nicht in die Trümmer reingüßen. Kommst du wieder? Oh, fuck. Du bist da raus. Oh, was sind sie? Okay, Rakete. Ah, dieser Flieger. Komm, 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 komm. Steuerung. Ah, wenn er halt... Der zieht immer so beschissen ab. Mann. Nice. Die machen uns kein Ärger mehr. Ich hoffe, du bist bereit, Wobacht, dich überzutreten. Schnell weg hier. Er hört mich nicht. Du musst das nicht tun. Du kannst dich immer noch anders entscheiden. Mach das mit Korak aus. Ähm... So. Laden. Immer schön in die Wolken rein, damit man es laden nicht sieht. Even wenn du nicht. Tschüss. Hans. Vögen. Dennis. Ja. Bitte jetzt kein Crash. Ich will das nicht nochmal machen. Dankeschön. Okay. Also. Äh, gehe ich jetzt so ganz allein zu ihm? Ja, okay. Ja, werde ich mal ein bisschen cheaten. Äh, schnell. Schnellreise ist gesperrt. Oh je. Das heißt, irgendwas Tolles passiert da beim Reingehen. Ansonsten würde es ja keinen Sinn machen, dass es gesperrt ist. Oder ist Imperium unhappy? Wirkt alles normal? Komisch. Ah ja. Gott sei Dank, weil der Weg ist ja nicht so weit. Mal sehen. Und drauf geht's. Also, wenn es keinen Rufboost gibt, dann weiß ich auch nicht. Du bist zurück? Hast du mein Problem gelöst? Äh, ja. Ja, und ich hab ihn auf meinem Schiff. Sein Name ist Tislak Shah. Tislak. Ich hätte es wissen müssen. Das sieht ihm ähnlich. Was für ein jämmerlicher Plan. Ich lass ihn abholen. Aber jetzt, fort mit dir. Ja, also ich hätte jetzt da irgendwie, was auch immer erwartet. Also, gesprächstechnisch. Okay. Ja, gut. Was macht denn jetzt der Ruf? Schauen wir mal. Oder mal, Ausrüstung, hab ich noch was? Inventar, Materialien. Ach so. Standardzeugs. Ruf. Oh, das ist ganz schön nach oben gegangen. Erstmal voll unten durch. Und da halt Minimum. Journal. Ähm, wir haben jetzt noch das mit dem Spielen. Ich glaub, vielleicht mach ich das mal selber. Mit drei Runden von diesen Sabak-Spielen. Also, wie spannend das ist. Aber es gibt auch noch eine andere Version. Interessant finde. Und zwar ist es ein Tier 9, der Astromech-Droid. Ich glaub, das würd ich mal verfolgen. Können wir da in die Nähe. Glauben wir mal bitte kurz raus. Irgendwie schnell reisen. Das ist da unten. Ich könnte zumindest bis dahin schnell reisen. Und dann können wir da hin. Machen wir das mal. Schnell reisen. Schnell reisen. Jut. Speeder. Moin. Ausgang. Wie ging das mit dem Bus noch? War das nicht Shift? Ah, da. Moment mal. War das nicht Gebiet? 0,6. Hm. Ja, ich wollte... Stimme. Ich wollte grad schauen, ob ich da oben irgendwie rauf fahren muss. So, ähm... Sieht da besser aus, als wenn's oben wär. Bleiben wir mal kurz unten. Ja gut, da hinten geht's auch rauf. Irgendwo hier. Was zum... Was war das denn jetzt? Okay. Okay. Bereit nix? Hier. Ähm... Da... Links von uns geht ne Straße in das Gebiet da auf. Oh man, links. Das wird's ja nicht sein hier, oder? Nö. So, eins, zwei, die... Ups. Hier rein. Auf jeden Fall im Suchbereich. Oh, 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 oh. Hä? Rechts von uns. Hm. Moin. Was? Oh, ich glaub, wir sind richtig. Kannst du mal absteigen, bitte? Performance. Hallo. Absteigen. Sag mal. Kannst du bitte absteigen? Ja, das gibt's doch nicht. Hallo? Wieso kann ich jetzt nicht absteigen? Das... Doch, jetzt geht's. Und da hätten wir unseren Droiden. Bist du jetzt der böse Droide? Ja, der schießt. Scheiße. Oh mein, wie soll ich denn den killen? Ah, jetzt. Okay. Was haben wir da für eine tolle Waffe? Plastergewehr. Was? Die Weide now? Moment, 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 Moment. Was haben wir da jetzt? Droide wurde dabei gesehen, wie ein Piraten der Neve. Ja, es ist immer noch das Gleiche im Journal anzeigen. Hm. Aber Let Droide ist tot. Was ist das jetzt hier? So, Goodies. Naja. Was ist das hier? Ah. Wie komme ich jetzt noch da oben? Hm. Da ist noch ein Behälter. Müssen wir noch eins am Behälter finden. Gut, ähm. Das könnte wieder so etwas sein zum rüberjumpen. Wir sind zu langsam. Wo ist mein... Ach da. Oh, dieser Kleider manchmal. Ja. Nein, nein. Ja, ja, ja. Oh, geil. Danke. 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 Du tust mir jetzt erst mal nichts, oder? Dankeschön. Oh, meine Glückssträhne hält an. Juh. Da haben wir einen Raketenwerfer oder sowas ähnliches. Bist du? Granatwerfer. Drück mal auf den Knopf, dann nix. Da war nämlich eine Kiste. Oh, Flugdinger. Komm, lass mich rauf. Ja. Sehr nice. Cool. So. Und da. Ah. Da haben wir einen Droiden. Hallo. Du musst T9 sein. Ähm. Ich hol dich Hiebz. So sollte es gehen. Und du, du hast Piratenangriffen? Ich bin froh, dass wir nicht geschockt wurden. Vielleicht sollten wir sicherstellen, dass er es nach Hause schafft. Äh. Ich weiß, das ist nicht ernsthaft, ich soll ihn die ganze Zeit begleiten? Moment einmal. Pass auf das Journal dazu. Sieben vermisst der Astromech. Die neuen Astromech ist in der Wildnis von der Scharer verloren gegangen. Ich glaube, ich muss dem jetzt wirklich nachgehen. Nee. Das braucht ja ewig. Und jetzt? Kann ich dich nicht vielleicht mit einem Expandergurt oder so? Ich gehe mal davon aus, du kommst schon von alleine nach Hause. Ich sehe mich hier nochmal kurz um. Geh mal hin. Was ja noch gut ist. Das scheint es aber auch gewesen zu sein. Sonst, glaube ich, ist hier nichts Interessantes. Ah. Ich glaube, das sitzt außer da hinten vielleicht noch. Gut ist, gut ist, gut ist, gut ist. Oh ja. Nice. Sogar ein Teil, was wir gesucht haben. Akkubeschleuniger. Gut. Ähm, Journal, Journal, Journal. Pikes, die Karte. Das brauche ich nicht. Tresortraum. Da sollte man halt einfach wieder in die City reingehen. Und... Vertrauliche Daten. Daten, das Prinzip, Information. Das wäre das eben reale Basis da. Wo wir nochmal reingehen sollten für Sachen. Das reizt mich irgendwie nicht. Ab Mission. Ich muss das halt echt machen, ne? Okay. Zuerst das mit T9. Äh, Karte, bitte. Karte, Karte, Karte. Das ist galaktisches Imperium. Das habe ich da hinten. Uh, da hinten ist noch ein Kernstück. Fürs Hacking-Kit. Das ist gerade um die Ecke. Und ein Händler. Schau, wir machen das da. Wenn wir schon mal da sind. Je einfacher... Je einfacher diese Hacking-Rätsel sind, umso besser. Irgendwo hier. Warte mal, hinter uns. Naja, hätte ja wieder sein können, dass das ein Geheimereingang ist. Äh, die Steuerung. Ups. Weit, 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 weit. Ach, so schön ruhig, Kumpel. Das habe ich jetzt eh noch nicht gesehen, oder? Ja, da ist doch nur, ja, ja. Ach, nee, aber mit den Hutten wollte ich mich eigentlich nicht verscherzen. Okay. Von da hinten hast du mich gesehen. Ja, klar. Lol. Du kannst mich doch gar nicht sehen. Was geht da hinten ab? So, hier rein. Ich glaube, die sind gerade abgelenkt. Oh, Granatenwerfer. Auf dich ist Verlassnix. Das ist sehr geil. Los, los, los. Dann machen wir es mal auf die harte Tour. Schnappen wir euch. Bewegung. Wo sind die anderen? Ah, doch, ich habe Spielzeug. Da unten ist noch einer, aber ich glaube, der hat es noch nicht ganz schnallt, wo wir sind. Ja, geil. Gut. Gucken wir mal. Wir haben maximal alles für Loot. Nice. Da nach oben. Halt, da war doch was. Gut, ich glaube, das ist alles. Wir müssen da nach oben. Oder war das der Hinteringang? Ich muss mal die Karte prüfen. Die sind komplett falsch. Das war jetzt total umsonst. Ja, wobei. Nice. Vielen Dank. Und da hinten geht es auch nach oben. Okay, ich gehe mal den direkten Weg. Schlecht. Oh, geil. Fanatwerfer. Wo seid ihr denn hier? Kein Problem. Ich fasse auf. Ach da. Was war das? Eindringlich. Jetzt wird es laut nichts. Cool. Nicht schlecht nichts. Wenn ihr jetzt da drin auch noch so schön dasteht. Oh, der sieht größer aus. Ja, noch Jess. Cool. Ja, die schießen natürlich mit dem Spielzeug jetzt zu mir. Fuck. 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 Fuck! Geh, 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 geh! Okay. Ich glaube, das waren dann erstmal alle. Granate. Hui! Also, der Granatwerfer hat sich, der gefällt mir. Ne, bevor ich irgendwo raufgehe, würde ich unten erstmal alles checken. Ja, aber nicht... Ah, da, Kiste. Sehr geil, Recheneinheiten. Ich meinte, die brauchen wir für Schiffs-Upgrades. Ja, Explosivstoffe, nö. Ja, da hatte dein Gefühl recht. Okay, eins nach oben. Hat's doch bestimmt... Oh, noch Loot. Ja, ist voll. Was ist das? Oh! Okay, irgendwie da hinten rein, aber zuerst schaue ich mir mal das Tor da an. Hier noch Loot. No. So, kann ich bei dir was machen? Yes. Nice. Oh, sag mir, es ist da drin. Okay. Witzeln. Dankeschön. Oh, nee. Ähm. T-Hacken. Kicken wir mal. Äh. Sieben. Acht. Hm. Acht und elf. Vierzehn. Ah. Dankeschön. Das war ja easy. Nice. Hacking-Verbesserung. P. Was können wir machen? Erhöht die Energie bei Hacking. Ah. Ja, mach. Nice. Dankeschön. Was ist denn noch eine Fähigkeit? Echt jetzt? Nee. Fatsche verfolgen, Fatsche verfolgen, Fatsche verfolgen. Da sind wir jetzt einfach komplett durch. Okay. Nee. So. Ähm. Das war's. Aber da hinten haben wir immer noch so eine rote Barriere. Ich will wissen, was das ist. Kann ich da irgendwie ran? So. Äh. Kleider Mann. Äh. Ich hab das jetzt irgendwie anders vorgestellt. Nee. Geh runter. Ich würde sagen, wir gehen hier rauf. Ich sage eben, er soll das da machen. Meinen Knopf drücken, nix. Dankeschön. Sehr gut. Ende. Hey, halt das mal offen. Danke. Yes. Loot. Geil. Ja, ich glaub. That's it. Cool. Jetzt komm. Ist einmal nicht so. Oder da. Da ist noch was Blaues. Was ist hier? Oder wäre das nur so ein geheimer Seiteneingang gewesen? Was ist das hier? Ah. Ja, okay. Das wäre der geheime Eingang gewesen. Okay. Okay. Karte. Das hätten wir... Warte mal. Feindliches Lager. Bergstadt der Schiffsdiebe. Gibt's da noch mehr? Ähm. Ne, ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das war's, oder? Gut. Dann glaube ich, mache ich das mal mit dem Subwork als nächstes. Hat sich beim Ruf jetzt noch was getan? Dann. Nö. Okay. Oder letzter Check. Journal. So, um Gott, verteidliche Daten. Hm, 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 hm. Wie gesagt, bei den Pikes würde ich gerade nicht tun. Dann haben wir noch T9. Dann würde ich sagen, tun wir T9 nochmal abschließen. Schnellreise, Schnellreise, Schnellreise. Nach da. Gehort öffnen. Wo müssen wir genau hin? Hier, nach da unten. Schnellreise. Wieso kann ich gar Schnellreise machen? Ist das, weil ich jetzt hier unten drin bin? Gut, gehen wir mal raus hier. Moin. Kann ich jetzt? Nee, immer noch nicht. Ich glaube, wir müssen hier auf neutrales Gebiet. Schau. Kann ich jetzt einfach cheaten? Auch wenn ich jetzt verfolgt werde. Die. Nein, es ist immer noch gesperrt. Ach, Mann. Ja, ich versuch's. Ja, toll. Wobei, mit den Pikes sind wir gut drauf. Habt ihr uns helfen? Oh, da machen wir doch schon mal. Yes. Okay. Nochmal. Schnellreise. Jetzt geht's. Stimmt. Ich werde mal nach der Episode mal gucken, wie es aussieht mit dem Mods für Star Wars Outlast. Ob da irgendwas Sinnvolles mit dabei ist. Wo ist das mit dem Droiden? Wo ist das? Wo ist das? Genau. Hä? One Hand Journal. T9 gehört zurück. Verfolgen. Ach. Da vorne, 14 Meter. Moin. Hallo? Na, immer gern. Geil. Huf plus. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, das war's erstmal für die Episode. Ich schau mal gerade wegen Mods, ob's da was Interessantes hat. Und wenn ja, dann holen wir uns die rein. Und ansonsten werde ich mir mal dieses Spiel angucken. Ich werde das erstmal spielen. Ich werde's aufnehmen, für den Fall, dass entsprechend was Relevantes passiert. Aber ich glaube, wenn das jetzt so drei Spiele hintereinander sind, dann wird's vermutlich nicht ganz so spannend. Also, mal gucken, wie die nächste Episode starten wird. Bitte dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann, euer Brabucha, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.